Prinzessin, die sagen auch alle das gleiche. Dialog sparen? Ähm... Oh, meine Sterne und Strumpfhalter! Prinzessin, seid ihr es wirklich? Ähm... Du sprichst mit mir, oder? Ihr seid es. Ihr macht... Ihr seid nach all der Zeit zu uns zurückgekehrt. Alle herhören! Unsere Prinzessin ist nach all der Zeit zurückgekehrt. Boah, ich glaube, ich habe das falsche Mädel. Sie erinnert sich nicht. Und doch ist sie das Ebenbild von ihr, die schon lange verstorben ist. Nun ist sie zurückgekehrt, um mit all ihrer unendlichen Weisheit über uns zu herrschen. Prinzessin, bitte nehmt sofort euren angemessenen Platz auf den Thron ein. Aber, aber... Königliche Untertanen, schmückt eure Hoheit im zeremoniellen Gewand. Seht zu, dass sie nicht verschwindet, während ich die Krönung vorbereite. Oh, verflixt. Oh! Ähm... 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 Sexy! Gefällt mir! Gut! Äh, zeremonelles Gewand. Hätte ein bisschen mehr sein können. Na gut. Ab... Steht er schon, Tee. Ich bin wie eine Weltraumprinzessin an... Weltraumprinzessin... Ist das Prinzessin... Ist das eine Anspielung auf Prinzessin Leia? Aus Star Wars? Was, ähm... Was sie von... Was sie bekommen hat, als sie von... Von diesen fetten da... Ich weiß nicht... Jabba von Jabba angezogen hat. Genau das war's. Können wir nun darüber reden? Ich bin wie eine Weltraumprinzessin an. Können wir nun darüber reden? Irgendwer? Großartig. Sie haben ja auch meine Gegenstände abgenommen. Wenn diese Typen denken, ich wäre ihre wiederauferstandene Prinzessin, werden sie mir nie... Werden sie mich nie mehr gehen lassen. Es muss einen Fluchtweg geben. Ich hau mich besser mal um. Also wir können jetzt nicht hier lang. Weil wenn die uns nämlich... Und vor allem wenn die uns sehen, dann schlagen die Alarm. Und wir müssen wieder zurück. Das bedeutet, immer schön außerhalb des Blickfelds bleiben. Ich kann natürlich auch nicht schießen. Ich kann nur schlagen. Ja. Super. Wir können hier raus. Ähm. Ja, ich habe auch kein... Nichts, was mir Leben oder so wieder gibt. Das bedeutet, wenn ich getroffen werde. Ja, Schatten. Super. Ähm. Ähm. Jo. Blöd gelaufen. So. Nächste Schamte. Der darf uns nicht sehen. Das bedeutet, ähm... Wir können jetzt auch nicht hier großartig... Irgendwie rumeiern. Wir müssen auf die andere Seite. Ähm. Glaube ich. Mist. Ah. Gut. Haben wir das auch mal im... Äh. Haben wir das auch auf... Äh. Haben wir das im Let's Play auch drin. Supi dupi. Gut. Wisst ihr Bescheid. So gehen sie mit der um. So. Die tun uns natürlich nichts. Ähm. Wir sind ja ihre Prinz... Angibt ihre wieder auferstandene Prinzessin. So. Wie man an den Gittern schon erkennen kann, habe ich natürlich extra gemacht. Nämlich fangen lassen. Können wir hier durch. Jetzt müssen wir warten, bis der sich wieder rumdreht. Und das gleiche in grün hier. Ich war knapp. Zum Glück gucken die zeitgleich und sind ein bisschen dämlich. Ich glaube, hier kriegen wir richtig viel Kohle. Na komm schon, Shanté. Können wir hier durch? Doch, ja, können wir. Hihihihi. Kohle, 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 Kohle. Money, money, money in the bank. Okay, hier kommen wir nicht durch. Beim Krabbeln wieder zurück. Na, Shanté, in dem Outfit fällt sie sich doch wie ein Hund. Nee, die fällt sich auch wieder wie ein Hund. Wof, 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 wof. Aber der Zopf ist cool. So, wir haben hier einen Schlüssel gefunden. Nutzen ihn, um eine verschlossene Tür zu finden. Super. Jetzt haben sie ein bisschen von Zelda geklaut. Dieses... Oha. Oha. Ähm. Ah, genau. Hier war das hier. Hier können wir uns ja im Dunkeln verstecken. Dann sehen die uns nicht. Stimmt. Oha, das wird gemein. Also, wir sehen uns gerade, bis der sich rumdreht. So. Anstatt mal nach oben zu gucken. Nein, strickt gerade aus. Ah, sind die dämlich. Kann ich das kaputt machen? Nein. So, trotzdem gibt es hier nur ein paar Krieger, die uns an die Wäsche wollen. Fragt mich bitte nicht, warum. Wir können hier natürlich auch hoch. Nee, wir bleiben eigentlich hier. Hier passt das ganz gut. Dann einfach durchrennen. Müsste der Shantay doch eigentlich gefallen. Behandeln werden wir wie eine Prinzessin? Ich meine, ähm, um ehrlich zu sein, schlecht hatte sie es nicht. Klar, sie muss halt dieses hässliche Gewand tragen. Ich glaube, das gefällt ihr auch nicht so wirklich. Aber welcher Dame würde in einem Fremdpalast so ein knappes Outfit gefallen? Und natürlich dann noch mit so einem kleinen, perversen Hopper. Ähm, aber so von der, so von, äh, das Zimmer her mit diesem ganzen, mit diesem satarbezogenen Decken hier, war nicht schlecht. Also, könnte ich mir als Frau durchaus gefallen lassen. Kann ich hier durch? Nee, kann ich nicht. Okay. Kommst du wieder hoch? Nee, kommst du nicht. Ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Super, jetzt habe ich zwei Schlüssel. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das wollte ich eigentlich nun vermeiden. Aber ich komme hier, glaube ich, wieder hoch. Deswegen erstmal von oben alles schön abgrasen. Kann ich von hier? Ähm, nö, kann ich nicht. Nein! Oh, der Typ hat mir doch genau noch hingezeigt, wo ich hin muss. Äh, nach rechts. Okay. Oha. Ich geht, ich geht. Ja, nee, da bin ich schon jetzt nicht drin. Aber weg mit den Ratten. Das sind keine Mäuse, die man vielleicht noch so irgendwie so Hausmäuse oder so, die man knudeln will oder so, sondern das sind richtige Ratten. Ähm. Ja, der Rotti geht's gut. Also die Mädels scheinen hier alle ein bisschen was Knappes zu bekommen und die scheinen echt verzweifelt auf der Suche nach irgendeiner Prinzessin zu sein. So, wollen wir mal die Rotti besuchen. Rotti Tops. Äh, aber ich hab dich auf der Spinnennetzinsel gelassen. Ah, Leute. Thumbnail. Ähm, ich wollte nicht den ganzen Spaß verpassen. Da bin ich dir gefolgt. Guck, wir haben, äh, guck, wir haben passende Kostüme. Jetzt können wir zusammen Prinzessinnen sein. Rotti, wir müssen hier raus. Schnell. Okay, ich geh. Aber ich behalte das Outfit. Ja, es war klar, dass der das gefällt. So, wir müssen also die Schlüssel nehmen, um die Mädels zu befreien. Ich glaube, wir sind ja die... Ah, die... Okay, denen ist das scheißegal. Wir sind so gekifft. Skye! Skye! Dich haben sie auch gefangen? Was machst du denn hier? Ähm, ich bin hergeflogen, um ein Heilmittel für Joe zu finden. Was ist deine Ausrede? Ich bin hier mit, ähm... Okay, sag's mir eben nicht. Lass uns einfach einen Weg aus dem Irrenhaus finden. Und zieh dir was an, verdammt nochmal. Ach, wie soll ich denn in diesen Schuhen laufen? Schaffst du doch ganz gut. So, die Mädels sollen sich alle mal was anziehen. Da hat sie eigentlich vollkommen recht, was das angeht. Ich hab keinen Schlüssel mehr. Ich hab keinen Schlüssel mehr! Wie, ich muss noch eine... Lass mich... Lass mich raten. Wir haben bestimmt die Whisky gefangen. Na gut. Ähm... War ich hier schon? Ich guck einfach mal. Also, ich muss jetzt... Dann muss ich hier wieder lang. Ich hab nicht die geringste Ahnung, deswegen probier's einfach mal. Eieiei. Naja. Solange ich hier, ähm... Bis jetzt komm ich hier eigentlich ganz gut durch, was das angeht. Von daher... Bin ich diesbezüglich mal ein bisschen entspannt. Ich speichere jetzt nicht, weil ich das nicht brauche. So, der dreht sich rum und jetzt schnell wieder nach oben. Ich verfinde, oben wird man nicht loben. Gut, dann geht's hier weiter. So, jetzt will ich hier hin. Genau, ich muss da hin, wo der Lümmel guckt. Der guckt hier hin. Tint... Herzzimtenfisch. Ah, super. Gut. Dann haben wir das schon nochmal. Das ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Ähm, die Frage... Achso, schon wieder diese Kappen. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt bekommen hab. Aber na gut, lassen wir das mal. Naja, wenigstens habt ihr ja was fürs Auge, ne? Also die Chanté in diesem Outfit rumlaufen zu sehen, da können wir ruhig schon mal... Achso, stimmt. Egal, was die fallen lassen. Wir haben ja keine Gegenstände. Deswegen wird das nicht angezeigt. Super. Äh, nee, nicht super. Habe ich die Lampe? Nein, habe ich nicht. Prinzessin... Achso, okay. Die sind total... Gaga, was das angeht. Ähm... Okay, jetzt haben wir aktiviert. Das bedeutet, wenn wir uns nochmal erwischen, ist das kein Problem. Geuch, gute Güte, Prinzessin. Ja, geh mich auf den Sack. So, jetzt bin ich hier lang. Ich bin wieder beim Speicherhannis angelangt. Nein, nein. Warte mal. Moment mal.